Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nils Quetschung Echt so viel? Ja Franz, so viel. Hast du gar kein schlechtes Gewissen? Das wird schon wieder. Alle Tests haben ergeben, dass er eigentlich wieder ganz normal gehen können müsste. Meines Erachtens liegt die Problematik eher hier oben. Was findest du besser? Super-White oder Crystal-White? Vater, wieso sagt mir da keiner was davon, dass sie mir da so eine burschwaße Scheißhütten da mitten auf meine Wiesen einstellt? Du musst die Gisela aus dem Spiel lassen. Ich kann super diskret sein. Gisela! Blutweg? Blut. Zuhörer! Was soll denn der Schmarrn? Ich protestiere gegen die Gentrifizierung meines Hofes. Ups, ich glaub der Blitzer ist leider kaputt. Das ist wahrscheinlich Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und das ist mir wahrscheinlich wurscht. Der Kaiserschmarrn ist scheiße. Das ist ein Drama. Ein Kaiserschmarrn-Drama ist das. 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 Kauko kaipuu. Hurmio. Turmio. Toivo. Melankolia. Ich komme gerade hier vorbei und da höre ich Gesang. Und da ist vieles ziemlich schön. Ich meine, die können doch nie ihre Erwartungen erfüllen. Da oben, überall vibriert sie. Und wir können sie holen. Und alles geht bloß darum, dass wir zuhören. Verdammt, ich wusste es. Halt mir an. Halt mir an. So fließt mir der Alk direkt ins Hohn. Du hast mein Geld für Alkohol ausgegeben? Du solltest doch einen Digital Receiver kaufen. Entweder du bringst mir bis morgen früh eine Digi-Box oder ich verlasse dich. Wer kommt denn nach oben, Nemi? Du hast doch gar keine Kohle. Ich hab da ein paar Ideen. Braucht jemand eine Taxifahrt? Ich fahr sie für 20 Euro. Was ist mit euch meinen bloß los? Irgendwas läuft doch in eurem Gehirn falsch. Die Wüstenfuchs. Im Moment hat kein Geheimdienstinformanten im Irak. Aber uns ist da jetzt jemand vor die Flinde gelaufen. Und dazu bräuchte man mal ihre Einschätzung. Sie sind doch Irak-Experte, oder? Ich bin Experte für Biowaffen. Er war drei Jahre da unten. Wollen Sie jetzt seine Qualifikation anzweifeln? Du sagst, dass du mit Alltagsjournalisten arbeitest? Kein Passport. Ich weiß nichts. Pass? Ja, das können Sie vergessen. Ich halte seine Geschichte für absolut plausibel. Ein absoluter Knaller, das muss raus! Sollen wir nicht auf eine Validierung warten? Ich höre immer nur warten und kriege gleich schlechte Laune. Jawohl! Bewegen Sie Ihren Arsch her! Geschichte ist erfunden. Doktor, bin ich froh, dass ich nicht Sie bitten. Don't worry, we're the good guys. We work for the US government. Für einen Schweden bist du ein Integrationserfolg. Fuck! Du hast bewiesen, dass man es zu etwas bringen kann, selbst wenn man kein Norweger ist. Wir brauchen Leute wie dich hier. Voll integrierte Einwanderer. Nicht angeschnallt, wäre aber besser. Einwanderer ist positiv gemeint. In dem Zusammenhang. Drei Männer können verdammt nochmal nicht verschwinden, ohne dass jemand sie verschwinden lässt. Die scheiß Albaner sind's. Die Serben-Chefen. Wir müssen lernen, dass sie nicht machen können, was sie wollen. Was wirklich schimmelst? Der Graf, das ist kein einfacher. Um den zu erledigen, brauchst du einen Hitman. Es gibt jemanden, der heißt der Chinese. Es ist bestimmt kalt hier für einen Chinesen. Ich bin Däne. Am 17. August werden wir hier bei uns finnische Sportgeschichte schreiben. Denn dann wird Olli Mäcki, ein Bäcker aus Kokola, auf den Amerikaner Davy Moore treffen, den Weltmeister im Federgewicht. Sie können ganz sicher sein, dass wir alles dafür tun werden, um den Weltmeistertitel nach Finnland zu holen. Super, genauso machen wir weiter. Kann ich ganz ehrlich sein? Na sicher. Wenn nicht zu mir, zu wem denn sonst? Weißt du, ich glaube, ich bin... Ich hab das Gefühl, ich bin verliebt. Tag. Hey, grüß dich. Aha. Tag. 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 Meine Sehnsucht ist die Strandbahn und ein kleiner Tisch für zwei. Bloß ein sternenklarer Himmel und auch du wirst mit dabei. Wir bestellen einen Milchshake in der kleinen Bar am Strand. Du Vanille und ich Erdbeer, es ist wie im Märchenland am Stein oder Meer. In einer heißen Juli-Nacht, da kam das Glück zu mir. Heimlich und sacht. Hope you're through and you don't know where to go to. Why don't you go where fashion sits, putting on the wrist. Crawling up the oven, oh so happy. My love is your love, there's no love for nobody else. Wow. Vielen Dank.